Da bin ich also in der Riebe auf die Flamme. Folgen wir jetzt nicht der Straße, ne? Folgen wir nicht der Straße. Sondern? Wohin? Neues Gelände, keine Ahnung, ist mir egal. Fahr nicht in die Straßensperre. Wer ist denn noch da? Wo ist denn die Straßensperre? Wenn du jetzt gerade ausfährst, dann... Ah, ich seh sie. Okay, okay, okay. Ja. Fahren wir da rechts irgendwo, oder? Ja, denk schon. Um wir durchs Gelände. Wenn nicht unbedingt da vorbeikommen. Ah, okay, super. Das stimmt. Was heißt? Was? Nein. Oh, kaputt war er nicht kaputt. Ne, ne, alles gut. Ich hab einen Bergzeugkasten dabei, ich bin Ingenieur. Uaah! Alles gut. Bevor das alles aufkommt. Da war gerade eine Straßensperre, hast du gesehen? Rechts von uns. Das war ein super Salto, oder? Das war ein super Salto, oder? Das war ein super Salto. Was? Dann habt ihr was übergeben, oder? Ja, wir sind gleich weitergefahren. Ja, wir sind gleich wieder vorgelegt. Ja, wir sind schon bei mir, oder? Ja, das war ein super Salto.